hallo du liebe ich komme jetzt gerade vom interview für den body love summit mit elisabeth und mit sophie und ich lade dich von herzen ein sei dabei sei dabei mit einem frauenkörper sei dabei mit deinem mann körper hier gibt es so so viele einladungen und möglichkeiten die dich ja die dich einfach verbinden zurück verbinden wollen mit dir mit deiner liebe zu dir selber und deinem körper weil das ist dein gefährd ja das ist dein dein abenteuer spielfigur mit der du in diesem leben teilnimmst und mit der du eben alles erreichen kannst was du nur möchtest aber kommen zurück komm zurück in deinen körper und nimm wahr was da für ein potenzial auf dich wartet und wie das geht ja wie du noch tiefer in deine body love in deine liebe zu deinem körper eintauchst das erfährst du beim kongress ich freue mich wenn du dabei bist ich bin jedenfalls auf alle fälle dabei und wenn es dich interessiert trag dich gleich hier ein